Unser Problem, bevor wir zu A&M gekommen sind, wir hatten keinen überregionalen Kunden. Was sich jetzt geändert hat, wir haben viel mehr überregionale Kunden. Dadurch können wir halt besser wachsen. Mein Name ist Alexander Mohr. Wir betreiben die Firma Terrassenmoser circa drei Jahre. Wir fertigen Terrassendächer. Wir bauen die passenden Schiebeelemente dafür. Wir bauen Zaunelemente. Wir vertreiben auch Jacuzzis, Whirlpools. Alles halt, was dazu gehört, was im Gartenbereich so anfällt. Also bevor wir zu A&M gekommen sind, haben wir andere Wege probiert. Wir haben Zeitungsannoncen geschaltet. Wir haben Werbung übers Internet versucht zu schalten, was aber nie professionell war. Und diese ganzen Zeitungsanzeigen, die haben uns eigentlich überhaupt gar nichts gebracht. Aufmerksam durch A&M bin ich übers Internet geworden. Wie gesagt, wir haben ja versucht, selber in Facebook oder Instagram Werbung zu machen, bis ich dann halt mal die A&M Werbung gesehen habe. Und ich dann halt Kontakt aufgenommen habe. Und dadurch haben wir halt ganz andere Werbung schalten können durch die Firma A&M. Beim ersten Gespräch mit dem Beratungsmitarbeiter war ich sehr positiv überrascht. Man hat mich also tatsächlich auf Sachen hingewiesen, die überhaupt nicht funktionieren. Durch Zeitungswerbung, durch irgendwelche Eigenwerbung, durch Flyer, die wir auch versucht haben zu generieren. Also mit dem Berater, dem ersten Beratungsgespräch, hundertprozentig zufrieden. Also ich hatte, bevor ich zu A&M gekommen bin, natürlich Bedenken preislich, wie man da was schalten kann. Weil wir hatten firmentechnisch überhaupt gar keine Ahnung, was uns das preislich ausmacht. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es preislich gut ist. Wenn ich bedenke, wir bedrücken selber Flyer oder wir machen Zeitungswerbung, kostet viel mehr Geld. Es erreicht nicht jeden oder es erreicht Haushalte, die überhaupt gar kein Eigenheim haben oder irgendwelche Hochhaussiedlungen. Deswegen bin ich mit der Firma A&M hundertprozentig zufrieden. Der Arbeitsablauf war für mich sehr positiv. Wir haben mich in allen Sachen unterstützt. Die haben mir Kampagnen vorgeschlagen, was man machen kann, wie man es nicht machen sollte. Ich hatte natürlich am Anfang so ein paar Einwände oder Gedanken, die ich dann schnell verworfen habe, die mir durch die Firma A&M halt mitgeteilt wurden, dass man es so nicht machen kann. Also überdurchschnittlich positiv. Also Vorteile über die Firma A&M habe ich erfahren. Wir bekommen automatisch Leads, quasi Kunden. Die Firma A&M kümmert sich im Vorfeld darum, ob es auch vernünftige Kunden sind, ob es adäquate Kunden sind. Erst dann bekomme ich die Kundenadressen zu mir. Das ist eigentlich auch ein sehr großer Vorteil. Ich brauche mich eigentlich nicht selber darum kümmern. Die Kunden kommen automatisch durch die Werbung zu mir. Wenn ich die Dienstleistung der Firma A&M einem besten Freund empfehlen würde, würde ich ihm sagen, tu es auf jeden Fall. Bei dir fällt die ganze Werbung über Zeitung, über Flyer oder selbstgestaltete Werbung mit irgendwelchen Bildern weg. Die Firma A&M kümmert sich von vorn bis hinten darum, dass alles vernünftig läuft. Die Firma A&M kümmert sich von vorn bis hinten.